sie haben keine aufträge für dieses fahrzeug okay um einen auftrag zu wählen habe ich leider nicht denn wir sind zum ersten mal beziehungsweise der etf das ist eine aufstellung vom panzer hier das sieht doch richtig richtig gut aus wir sind mit dem scorpion gehe hier drinnen panzer level 7 das ist ein schwerer jagdpanzer ein panzer den man ausprobieren kann fünf tage lang glaube ich noch ab diesem zeitpunkt selber gespielt doch ich habe schon mal der siebener panzer gespielt gab es nicht auf meinem kanal oder so oder channel was auch immer wir gucken mal was ich kenne mich sowieso nicht aus was wir hier als gegner haben wir haben jetzt bei drei scorpion g wir haben vier scorpion g bei uns ich weiß auch nicht ein jagdpanzer lässt ja ihn erst mal ausspülen und dann kommt der schuss was alles gleich kann ich nicht mehr schießen ach so wird repariert schon nee nee das ist eine scheiß idee man merkt aber schon wie taktischer das hier rangeht und ich sehe die nicht mehr 400 schlagkraft ich sehe den anderen einfach ich habe den anderen nicht gesehen ich habe ihn einfach nicht da war für mich nirgendwo zu sehen zwei eins neues gefecht neuer panzer wir sind mit dem t29 der russenpanzer der sowjetunion hier dabei wieder ein bisschen weiter runter also wir sind jetzt stufe drei jetzt merkt man schon alle rasch waschen nach vorne keine intelligente strategie wird eingeführt und dass wir uns irgendwie auf dem berg jedes mal befinden ist auch irgendwie eine scheiß idee also geschützt bin ich auch hier nicht also ah weg ist er im berg wenn wir auch nicht hochschießen können deswegen fahren wir hier rüber ja es ist scheiße wenn man mal jemanden sieht und der am besten richtig gut jemand im visier hat ja okay dann wollen wir mal hier hinten mit langfahren ein neuer ein neues glück würde ich sagen das heißt natürlich auch immer ein glück in der liebe pech im spiel oder pech im spiel und glück in der liebe dürfen uns was aussuchen ja fech pech ja pech Da flog die Kanone nach mitten in mein Gesicht rein, mitten in mein Face, mitten hinein, aber leider wurde es doch nichts und ob wir die letzte Runde gewonnen haben, sehen wir natürlich jetzt gleich und dann können wir nämlich auch mal eine Runde machen, indem wir in den anderen Panzer wieder reinsteigen und haben wir vier Wochen aufgenommen und ich würde sagen, das reicht vollkommen. Und es war ein Sieg, wir haben 1100 Erfahrungen, für den ersten Tagessieg haben wir mal zwei bekommen, Punkte haben wir auch gut bekommen, gut, okay, da würde ich sagen, nächste Runde fahren wir nochmal mit dem Geh rein, ihr seht, fünf Tage habe ich noch, deswegen bis gleich.